Wer mich kennt, der weiß, ich mag Geschichte. Und wer mich noch ein kleines bisschen besser kennt, der weiß, ich stehe besonders auf diese Teile der Geschichte, da wo nicht sonderlich viele Menschen vielleicht viel drüber wissen oder sich schon mal damit beschäftigt haben oder nur am Rande mal was davon gehört haben. Und meiner Meinung nach, eine dieser Sache sind die spanischen Habsburger. Wie die spanischen Habsburger waren, was sie getan haben und was aus ihnen geworden ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Jede Geschichte braucht einen Anfang. Und ich habe mir den Anfang hier im kastilischen Erbfolgekrieg gesetzt. In diesem Erbfolgekrieg ging es um die Nachfolge von Heinrich IV. von Kastilien. Die beiden Thronprätendenten waren einmal Heinrichs Tochter, Johanna von Kastilien, sowie seine Halbschwester Isabella von Kastilien, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Ferdinand von Aragon ihren Anspruch schließlich durchsetzen konnte. Durch das Eingreifen Portugals und Frankreichs bekam der Konflikt internationale Bedeutung. Heinrich und Isabella waren übrigens Kinder von Johann II. Nur muss es nochmal kurz zu verdeutlichen. Isabella war die neue Königin der Krone Kastiliens und Ferdinand war der König von der Krone Aragons. Als die beiden dann geheiratet haben, wurde die iberische Halbinsel, zumindest zwei der drei Königreiche auf der iberischen Halbinsel, zum ersten Mal in einer Personalunion regiert. Es waren faktisch nach wie vor zwei unterschiedliche Königreiche. Mit den beiden auch unmittelbar verbunden ist die Reconquista. Und was ist die Reconquista? Das heißt so viel wie Rückeroberung oder Wiedereroberung. Es ist die spanische und portugiesische Bezeichnung für das Entstehen und die Ausdehnung des Herrschaftsbereichs der christlichen Reiche auf der iberischen Halbinsel und der Zurückdrängung des muslimischen Machtbereiches im Mittelalter. Als Beginn der Reconquista wird üblicherweise das Jahr 722 angenommen als Enddatum der 2. Januar 1492 die Eroberung Granadas durch die katholischen Könige Isabella und Ferdinand. Nämlich durch die Eroberung von Granada erhielten sie vom Papst Innozenz VIII den Titel die katholischen Könige. Die älteste Tochter der beiden war Johanna die Wahnsinnige. Wieso erwähne ich jetzt Johanna die Wahnsinnige? Nun ja, sie ist eine ganz besondere Frau. Johanna von Kastilien, wie ich ja schon gesagt habe, wurde auch Johanna die Wahnsinnige genannt. Sie war Infantin von Aragon sowie Kastilien und Leon. Von 1504 bis 1506 war sie Königin und von 1506 bis zu ihrem Tod Titularkönigin von Kastilien und Leon. Von 1516 bis 1555 Titularkönigin von Aragon. Womit sich die spanischen Königreiche in ihrem Erbe als Personalunion vereinigten. Ihr Ehemann war Philipp der Schöne von Österreich. Er war der älteste und einzige überlebende Sohn aus der Ehe des späteren Königs und Kaisers Maximilians mit Maria von Burgund, der Erbin des Länderkomplexes des Hauses Burgund. Maria von Burgund war die Tochter von Karl dem Kühnen. Nun nochmal kurz zum Verdeutlichen. Wir haben die katholischen Könige mit ihrer Tochter Johanna, auf der anderen Seite Maximilian und Maria von Burgund und ihr Sohn Philipp der Schöne. Und heraus kam Karl der Fünfte. Ich nenne es immer liebevoll das Große Habsburger Reich. Denn wie ihr gleich sehen wird, war es ein wirklich riesiges Reich in Europa, was es vielleicht bis zur Zeit Karls des Großen so nicht mehr ganz gab. Karl der Fünfte war ein Angehöriger des Herrscherhauses Habsburg, nämlich über seinen Vater. Und er war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Nach dem frühen Tod seines Vaters Philipps I. von Habsburg und Kastilien war Karl ab 1515 Herzog der Burgundischen Niederlande und ab 1516 als Karl I. der erste König von Spanien. Wenn wir das jetzt nochmal genau aufschlüsseln wollen, dann genauer gesagt von Kastilien, Leon und Aragon in Personalunion. Im Jahr 1519 erbte er das Erzherzogtum Österreich und wurde als Karl V. zum römisch-deutschen König gewählt. Nach seiner Krönung 1520 trug er, wie sein ungekrönt gebliebener Großvater Maximilian und seine künftigen Nachfolger, zunächst den Titel Erwählter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. 1520 wurde er im Kaiserdum zu Aachen durch den Kölner Erzbischof Hermann V. zum Erwählten Kaiser des Reiches gekrönt. 1530 wurde er offiziell als letzter römischer Kaiser durch Papst Clemens VII. gekrönt und ist damit nach Friedrich III. der zweite und letzte Habsburger, der von einem Papst gekrönt wurde. Und das ist das Riesenreich, was ich meinte. Alles das, was ihr auf dieser Karte seht, hat Karl V. regiert. Kommen wir zu einem Thema, was ich Reichsteilung nenne. Denn 1556 trat Karl von seinen Herrscherämtern zurück und erteilte sein Herrschaftsgebiet zwischen seinem ältesten Sohn Philipp II., der die spanischen Besitzungen erbte, und seinen jüngeren Bruder Ferdinand I., der die österreichischen Erblande zwar bereits 1521 erhalten hatte und dem nun auch der Kaisertitel zufiel. Durch diese Teilung spaltete sich das Haus Habsburg in eine spanische Linie und in eine österreichische Linie. Karl verstarb 1585 in Abgeschiedenheit. Genug der Vorgeschichte, kommen wir jetzt endlich zu den spanischen Habsburgern. Der erste wirkliche spanische Habsburger war Philipp II. Er war der einzige überlebende legitime Sohn Karls V. Er regierte nach der Abdankung seines Vaters ab 1555-56 die Länder der spanischen Krone. Und jetzt muss ich kurz Luft holen. Das sind Spanien, die Niederlande, Neapel, Sardinien, Sizilien, Mailand und sowie das ganze spanische Kolonialreich. Ab 1580 auch als Philipp I. in Personalunion das Königreich Portugal. Philipp II. war ein gläubiger Katholik und trat vehement für die Gegenreformation ein. Er sah sich berufen, den Katholizismus in den von ihm regierten Ländern durchzusitzen und den immer stärker werdenden Protestantismus gewaltsam zurückzudringen. Dies führte dann letzten Endes auch zum 80-jährigen Krieg, der die Niederlande unabhängig machte und zu einem Konflikt mit England, Stichwort die spanische Armada. Nach seinem Tod übernahm Philipp III. Er war der fünfte Sohn von Philipp II. und seiner vierten Gemahlin Anna von Österreich. Was sich 1588 mit der Niederlage der spanischen Armada schon angekündigt hatte, nahm nun zehn Jahre später Gestalt an. Es begann der Niedergang des spanischen Weltreiches. Philipp III., der Sohn von Philipp II., der Spanien auf den Zenit geführt hatte, glich seinem Vater nur in seiner Frömmigkeit. Politisch unbedarft legte er die Staatsführung in die Hände von Günstlingen, allen voran die des Herzogs von Lerma, der ihn 1609 dazu brachte, die Morisken, das sind die zum Katholizismus übergetretenen Mauren, aus Spanien zu vertreiben. Dies hatte katastrophale Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Immerhin brachte Philipp III. im 1604 einen Frieden mit England zustande und beendete so den kostspieligen Krieg. Nach Philips Tod übernahm dessen Sohn, Philipp IV., Philipp IV. wurde auch der Große genannt oder auch König der Welt. Er war der letzte spanische König, der eine wirkliche Großmachtpolitik betrieb. Er erneuerte den Krieg gegen die Niederlande und beteiligte sich im 30-jährigen Krieg an der Seite der österreichischen Habsburger. Darüber hinaus kämpfte er mit Frankreich und England um die Hegemonie, also um die Vormacht in Europa. Im Westfälischen Frieden von 1648 musste Spanien die Unabhängigkeit der Niederlande und die Machtstellung der Protestanten und Frankreichs anerkennen. Im Pyrenäenfrieden von 1659 verlor er nach wie vor noch Gebiete an Frankreich. Noch ein kleiner Hinweis, seine Tochter Maria Theresa heiratete den Sonnenkönig Ludwig XIV. Nach Philipps Tod übernahm schließlich sein Sohn, Karl II., den Thron. Er war von 1665 bis seinem Tod im Jahr 1700 König von Spanien mitsamt dem Weltreich. Als Karl V. war er auch König von Neapel und Sizilien und auch König von Sardinien. Aufgrund deutlicher Anzeichen einer körperlichen und geistigen Degeneration war er faktisch regierungsunfähig und er erhielt den Beinamen der Verhexte. Karl starb noch ohne erbfolgeberechtigte Nachkommen, was den Ausbruch des spanischen Erbfolgekrieges auslöste und den Beginn der Herrschaft der Bourbonen in Spanien begründete. Kommen wir zum Schluss. Es ist immer schwer, eine solche Dynastie zusammenzufassen. Meiner Meinung nach führten die spanischen Habsburger Spanien an ihren Zenit, an den höchsten Punkt, aber sorgten auch gleichzeitig dafür für den Untergang des spanischen Weltreiches, was dann von den spanischen Bourbonen nicht mehr ganz aufgefangen werden konnte. Was meint ihr dazu? Schreibt mir bitte unten in die Kommentare. Ich würde gerne mit euch darüber schreiben. Bis dahin.